Im Vergleich zu dem, was wir hier 2013 erlebt haben, als die Bayern, herzlichen Glückwunsch, das Triple geholt haben und innerhalb kürzester Zeit die Leopoldstraße von den Fans in ein Tollhaus verwandelt wurde. Nur der FCB, genau. 1,50 Meter mein Freund. So, nicht ins Auto laufen, nur der FC Bayern. Genau, heute hat die Polizei etwas dagegen und sie hat kurz vor dem Spiel auch nochmal getwittert, hat darauf hingewiesen, dass man unbedingt die Hygienebestimmungen einhalten soll.